Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch was. Ihr kennt doch bestimmt Hannes spielt oder Hannes B.S.J.T. Also ja, ein guter Freund von mir und ich zeige euch, wie man so eine, so eine hübsche Sicht bekommt. So Schleimsicht. Alles ist irgendwie dunkel. Mal schauen. Ich habe das noch gar nicht mal ausprobiert, aber ich schaue mal. Hier kommt es. Hier kann man es so hinbauen, wenn man will. Okay, klappt ja, glaube ich, auch schon so. Schauen. Da muss, glaube ich, schon ein Block sein. Dann baue ich da eben Glas hin. Und ja, ich habe sehr viel Schwarzpulver im Inventar, weil lag das? Achso, ja. Eigentlich nicht doll. Könnte noch ein bisschen lagern und crushen. Hier ist mein Leggmesser. Er misst, wie stark es lag. Je langsamer er wird, je mehr Leggmesser. So, und hochschicken. Da können wir zuschauen. Äh, oh. Ich baue das nochmal um und zeige es euch. Ich habe euch ja in einem Video schon gezeigt. Oh nein, jetzt ist es schon nachts. Aber hier kommen sie, die Tulver. Und daher habe ich auch das Video Schwarzpulver. Achso, Kreaturen, Griefling habe ich ausgeschaltet. Und das ist eigentlich der Drop. Okay, Schlau, Kreaturen, Griefling. Okay, Schlau gemacht. So. Oh, okay. In Antiqui-Tinger-Rühne. Time-set-day. Nice. Diesen Aufzug habe ich von Lars L.P. Also ja. Nicht wundern, ich verlinke meistens das Video immer unten in den Kommentaren. Wenn ich die Creeper-Form da drauf gebaut habe, habe ich es ja euch schon verlinkt. Naja, bei Lars L.P. eines der neuesten Videos. Wie baut man einen Aufzug für die Bedrock? Was sage ich mit den Creepern? Wenn sie fallen, dann bekommen sie Schaden. Ist logisch. Aber sie sind, sie bekommen Schaden und sterben, bevor sie auf dem Boden landen. Creepers sterben. Ist doch cool. Ja. Creepers, 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 Creepers. Schwiegen Bach, ne? Creeper wollen noch knutschen. Nö, die wollen noch Bach und Bach spielen. Du checkst's nicht. Schau mal, ob man das hier noch so machen kann. Ich schau mal. Wenn es da nicht geht, dann setzt sich das durch ein Block, weil... Das Glas ist ja nicht... Ist ja nicht solide, also eher temporär. So, schau mal. Ja, hab ich ein bisschen hingebaut. Damit hier... Die Creepers. Äh, ein Impositor. So mein Bruder. Äh, was soll ich nun... Mein Lieblingsblock. Ist es noch nicht, aber... Naja... So. Ich zeig euch, glaub ich, was. Wenn das gehen soll. Ja. Das ist das kleine Redstone-Problem. Glas wird nicht als solide bezeichnet. Also auch keine Redstone-Fähigkeit. Deswegen auch das. So, ja. Jetzt aber mindestens zugauen. Ihr kennt, glaub ich, ja schon auch die Fallmethode. Aber wie soll ich das Video hier eigentlich nennen? Ich weiß es nicht. Hi Creeper. Wie siehst du aus? Ja, ja, ihr seid so süß. Und außerdem bemerkt ihr oben, ich habe den Skin von Hannes. Ich hab den von Disco. Der hat mir auf meinem Server gemacht. Oh nein, äh... Und benutze ich schon direkt den Aufzug. Aha, hier muss also auch so ein Block hin. Achso, hier. Ich glaube, so geht auch. Sonst glaub ich auch so ein... Schienen? Ähm... Achso, ich muss erst mal hochzubauen, glaub ich. Stimmt. Geht es ja nicht. Schauen wir mal, ob wir sie sitzen sollen. So, jetzt komm ich da nicht hin. So. Bin ich... Okay. So. Man kommt hier nicht durch. So. Muss ich glaube ich schon so machen. So. So. Und nicht wundern, wenn irgendetwas hiermit so zu gehört... Mein Bruder spielt gerade Rollblocks, die in Error. sagt mir doch schon dass es eines so jetzt nicht ja Man darf sich nicht bewegen. Oh, hat schon ein bisschen. Nice, nice, und die da... Waaaaaah! Warte, ich bin kein Barsch. Warte, ich bin kein Barsch. Ja, oh. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warum warte, warte, warte? Weil, nein, 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 da gab es immer Basketballspiele so von Amerika und dann hieß sein Team Krippos, ne? Ich glaube nicht. Das können wir auch entfernen. Ach so. Dann mach ich es eben mal. Das ist hübsch altmodisch. Hm, ich kann diese Maschine in einst. Fuck, ich hab Bock. Ich weiß nicht. Aber hier von Hasenzahn. Ja, ich hab das von Hasenzahn. Also. Ich zeig's euch hier mal. Ihr braucht jetzt zwei Schilder. Ein Wasser, eine Falte. Wenn das bei euch nicht klappt, das Hangeln. Dann auch. Und hier springen gedrückt halten. Also bei mir ist das hier leerteste. Kann man hier oben bleiben. Weil wenn man springen loslässt. So. Äh, ja, jetzt. Und zur Hilfe kann man immer hier noch ein paar Blecke dranlegen. So. So. Die Schilder sind dafür da, dass man hier halt nichts... Dass hier halt kein Wasser rauskommt. Darauf Haus ist das, was wie immer es gibt, wenn man so los ist. Das ist wie immer es gibt, wenn man so los ist. Also ich bin schon glaub ich besser. Ich hab heute schon das Bremsen die wirklich angefangen. So ja. Nah, ich kann mal nicht... Inlandsgeht zuerst ab. Siebten, April bekommen. Am 11. Amt Geburtstag. Die sind da so früh angekommen. So, man kann hier Schotzen stellen, Schießpulver. Kannst du es natürlich auch Schwarzpulver nennen. In der Jahrhawalse Schwarzpulver, aber hier Schießpulver ist ganz wichtig zu wissen. Hier wäre dann das Lager. Kann man auch eigentlich hier so runter machen. Und man höre nicht ganz gut durch. So, hier hätte man das Haus. So, da müsst ihr auch kein Springen gedrückt halten. So, mehr braucht ihr eigentlich nicht. Wenn ihr wollt, könnt ihr dann auch Redstone machen und dann auch noch eine Redstone-Lampe. Ist euch überlassen. Könnt ihr auch Close-Down, Pilzlicht, Seelaterne und was es für Lichtquellen zum Beispiel auch Lightblock oder so gibt, ist einfach euch überlassen. Schaut mal, jetzt drück' ich kein Springen und jetzt springen und nicht mehr. Schaut mal auf die Puppe oben. Hier muss ich noch sagen, dass man hier eine Falte braucht. Hier rüber ein Block. Also, das hier. What da 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 da. So, lo do 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 do. Da 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 da. Und hier nach oben? Okay. Fly. Pfff. Mittel-Click. Ich hoffe, dass irgendwann diesen Block-Pick-Up dann auch für die anderen, also sozusagen, mein Bruder oder dafür haben es. Spielen nämlich nicht auf solchen Geräten, nur das halt möglich ist mit Mittel-Click oder mit einem Dingens... ...reellen Angefühl nicht. Was ist mit dem... Achso. Ich glaube, jetzt mit der Falte geht's halt auch noch nicht, aber... ... könnt ihr ja noch sehen. Was soll denn, was hier sind? Hi. Das ist nix, nix. Also nix. Da 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 da. Puff. Ich hab nix gesehen. Schieß-Bulver. D avons gegenstehen. Schieß-Bulver! Dime set- SPEAK. End. We-the. Clear. 9000... So. Bede. fast aus es wäre es irgendetwas neu muss so zu glatten stein passt ganz gut gläuchte oder auch fehlerte schaue ich mal was ich nehmen können hier habe ich noch mal das pilzlicht pilzlicht passt eigentlich ganz gut zu netherwarze dann kann ich das mischen mit dem seht ihr gleich so jetzt ist da wenn es das mal nicht interessiert spürt ein bisschen weiter lieblings dazu angekommen sie sind stimmenden denn also dieses ding mit hasenzahn dass man sagt kann man einfach so wiederholen immer aktiv das freund was man will in den bachs abc dann hat man glaube ich auch so schon ein bisschen so ein bisschen Backmau oder ich weiß nicht aber dann sollte das sie mindestens klappen ua ich bin ich auch konnte ich nicht mehr sind die ich war sie durch ein Tunnel der Effektpass Pizz ich nehme mal fünf die die schlinge rosen mit Höchstgeschwindigkeit aah ach so Geschwindigkeit null okay hoch ist die 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 fünf nicht Prozent die Klinik die Klinik im Spiel geändert werden Prozent die Klinik Das sieht bisschen komisch aus. Also... Gott, voll. Das wär echt lahm. 75 und 60. Ja! Muss ich dir erst mal dran gewöhnen. Dann kann ich das Glückfeld auch richtig gut ändern. Außerdem Speed 255 ist übelst krass. Ich baue ich mal weiter. Noch lange dauern das Vorsprung. So, dusch, 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 dusch. Dusch, dusch, dusch. Dusch, 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 dusch. Mann, Pils licht dazwischen. Pilz. Pilz ist verschimmelt! Nein! Nicht jeder Pilz ist schimmel. Schimmelkäse ist eigentlich auch lecker. Yummy! Yummy! Du, 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 du. Könnte noch ein bisschen lang dauern, die Folge. Aber, ja. Fast wie bei Walham. Nur Walham ist spannend. Du, durch die Gang, ihr Hasen. Mache nur die Hasen. Ach, ich muss gar nicht mal sprinten. Komm schon runter, weil ich Speed habe. Hi! Was habt ihr denn? Was habt ihr denn? Ach so. Was denn? Was habt ihr denn? Weiß nicht. Okay. Im nächsten Video schaue ich dann mal nach Spuk heben. So habe ich euch gezeigt, wie man so einen schönen Tunnel machen kann, ohne riesig was auszuheben. Cool. So ein långsburgierer hinzu. Okay. So. 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 Vielen Dank.